Oh, anscheinend haben sie dich entdeckt. Atiom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ich sehe Leute bei der Kirche, anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Rede, sei mit dir, Reißender. Unser heiliger Vater, Silantius, hat bereits seine Präsenz. Komm einfach in den Tempel und zieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher bitte stets weg. Und willkommen. Technologie ist eine Schünde. Technologie ist eine Schünde. Der Schadenade, denn er entzündet jene, die der Torheit und Versuchung der Elektrizität und anderen Sünden des Feindes widerstehen. Und jene, die... Ihr seid alle böse. Ihr rettet niemanden. Sie haben meine Freunde geküsst und mein Papa. Komm hier hoch. Bleibt ruhig, Brüder und Schwestern. Der Ketzer sitzt in der Falle, denn so will es der Herr. Schon bald werden unsere Militantenbrüder... Kommt schon! ...und das Urteil des Herrn wird vollstreckt werden. Sie sollen auch... Oh, das ist der Mann, Mama. Der von dem Zug. Er ist hier, um uns zu retten. Ich glaub es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Cilantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Komm, da kommt ein Schuss des Nebels, ein Boot. Oh, das ist die Brückenwache. Cilantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch einen. Aber es ist zu klein für uns dran. Aber ich halte die Kartenlösung nicht einfach länger auf. Und Junkie hat einen Sinn zum Boot. Wir werden sie später retten. Keine Sorge. Also wo ist dieser Ketzer? Er kam mit dem Boot. Während der Predigt. Und dann? Naja, er war einfach da und dann... ...verspannt er irgendwie. Genau wie Vater Cilantius gesagt hat. Der Mann wurde vom Teufel geschickt. Ja, ich weiß, was der Vater gesagt hat. Hast du denn gesehen, wohin er gegangen ist? Tja, er verwandt einfach irgendwie. Ich verstehe. Also gut, Gott segne dich. Und ich werde woanders suchen. Habt ihr den Ketzer gefunden? Was für ein Hohlkopf. Hat nichts gesehen, reißt aber das Maul auf. Sucht weiter, meine Kinder. Er muss hier sein. Ich bin sicher, dass du das hinkriegst. Was für unsere Zeit. Ich wünschte, wir dürfen nach Hause zurückkehren. Aber das ist das Ding. Was ist das? Schauen wir mal. Nichts! Gelobt sei der Fisch. Komm raus, du Sack. Wer ist da? Gut, komm mal raus, grübe die Sorge für die Feldversuchung. Verdammt, ich kann nichts sehen. Also gut, ich geh mal. Hier ist nichts. Na, noch besser. Ja, noch besser. Ja, noch besser. Ja, noch besser. Gute Arbeit, Ation. Du bist wie ein echter Ninja. Dafür könnte ich dich abknutschen. Allerdings muss ich Katja und Nastja zu Aroma bringen. Wir sehen uns also dort. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du von deiner Position geradewegs dorthin rudern.